Mit KX bekommt ihr mehr, mehr Batterielaufzeit, mehr Pumpen für Desinfektionsmittel, Seife, Lotion und Schaum, auch aus PCR-Kunststoff. Mehr Optionen mit Kartuschen und nachfüllbaren Flaschen, manuelle oder berührungslose Spendersysteme, mehr Individualisierung. Nein, mehr. Nein, mehr. Noch mehr. Und jetzt, mehr Intelligenz. Mit unserer revolutionären Smart-from-the-Start-Technologie. Jeder Touchless-KX-Spender ist jetzt mit smarten Funktionen ausgestattet, die darauf warten, aktiviert zu werden. Wir machen smarte Händehygiene für jeden zugänglich. Wir haben den KX entwickelt, weil wir glauben, dass mehr mehr ist. KX-Spender ist jetzt mit smarten Funktionen ausgestattet. Untertitelung des ZDF, 2020